Die Zahnärztin Dr. Martina Zückner in Rostock betreut seit über 20 Jahren die Zähne ihrer großen und kleinen Patienten. In einer stressfreien und freundlichen Atmosphäre stehen gesunde und schöne Zähne und Funktionalität auf höchstem Niveau im Vordergrund. Neben Prävention und Prophylaxe sind die Tätigkeitsschwerpunkte der Praxis die Implantatprothetik sowie Inlays, Kronen und Brücken aus Vollkeramik. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.